Willkommen bei Stufe 2 unseres postnatalen Programms. Bei diesen Übungen kannst du zusammen mit deinem Baby trainieren. Wenn du dein Baby während dieser Übung tragen möchtest, solltest du keinen Slendertone-Gurt annehmen. Stehe aufrecht, drehe den Oberkörper nach rechts, hebe die linke Ferse, bis du nach rechts blickst. Schwinge dabei die Arme entspannt zur Seite. Wiederhole die Bewegung in die entgegengesetzte Richtung und dann die gesamte Übung 1-2 Minuten. Achte darauf, deinen Bauch einzuziehen und das Bein auf Höhe des Hüftgelenks zu drehen. Setz dich mit überkreuzten Beinen auf den Boden und halte dein Baby vor dich, die Ellenbogen angewinkelt. Strecke die Arme nach oben durch, ohne die Ellenbogen anzuwinkeln. Bleibe in dieser Position und senke dann dein Baby zurück in die Ausgangsposition. Wiederhole dies 10 Mal, mach eine Pause und wiederhole nochmal. Atme durch den Mund aus, wenn du die Arme nach oben durchdrückst und spanne und entspanne dabei die Bauchmuskeln. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.